Über das Thema der menschlichen Letztentscheidung haben wir intensiv gesprochen bei der Enquete KI. Und zwar, weil es darauf ankommt, dass die Menschen so kompetent sind und so Bescheid wissen darüber, wie die KI arbeitet, dass sie sich diese Letztentscheidung überhaupt zutrauen. Denn ansonsten bin ich erschlagen von dieser Kompetenz und deswegen warne ich auch so dringend davor, diese KI zu vermenschlichen und zu sagen, die ist uns über und die ist intelligenter als wir selbst, weil wir uns ansonsten die Regulierung nicht mehr zutrauen und auch nicht mehr zutrauen. Und letztlich eine Entscheidung zu treffen, dass wir sagen, nee, das ist jetzt an der Stelle falsch, ich entscheide als Mensch und verantwortlich anders. Und da zu dieser Kompetenz müssen wir kommen und deswegen ganz richtig, Herr Berg, geht es um Bildung. Unsere Kinder müssen heute in den Schulen lernen, mit solchen Systemen zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten und aber immer auch zu wissen, was ihre Fähigkeiten sind.